Hallo, alle die jetzt Speedwilling von mir gewohnt sind, bitte nicht erschrecken. Heute bin ich mal privat unterwegs und zeige Ihnen, wie man bei einem Samsung Serie 6 TV den Sender manuell verschieben kann. Los geht's mit dem Menübutton. Dann zweimal nach unten zu TV-Empfang, einmal nach rechts, dann fünfmal runter zu Kanalmanager, dort Enter. Und jetzt sieht man hier die Kanalliste mit den ganzen Sendern. Und wer jetzt einen verschieben möchte, der drückt dann den Tools-Button hier links, Tools, dann öffnet sich so ein zweites Menü. Dort geht man auf Kanalnummer bearbeiten, Enter, dann kann man den Kanal verschieben, wo man ihn haben möchte, drückt auf Enter und schon ist der Sender verschoben. Das war's auch schon.